OI, Internazionale, Solidarität! Wir sind der erste Block, wir sind der antimilitaristische Block. Wir stellen uns gegen Krieg und Krise, gegen den Krieg der Herrschenden. Wir wissen, dass dieser Krieg nur Leid und Elend für uns als Arbeiter in der Klasse bringen wird. Hier und international. Wir lassen uns nicht verfeuern für Ihren Krieg. Klima, 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 Klima. Solidarität, auch die internationale Solidarität. Wir leben in einem Land, in dem je in der Tat eine Frau umgebracht wird. In dem Arbeiter bei der Umsetzung von Megaprojekten von Milliardären sterben. Wir leben in einem Land, in dem es normal ist, verhaftet zu werden, weil man ein Gegenstieg nicht leugnet. Wir leben in einem Land, das weltweit Geld in Kriege pumpt, in dem täglich tausende Menschen elendlich massakriert werden, liebe Genossinnen. Das Leben wird immer teurer. Hier in Neukölln oder Kreuzberg kann sich ein Mensch nicht nur ein neues Quadratmeter-Zimmer leisten. Egal ob Arbeiter, Azubi, Studenten, Schüler und Lebensmittelpreis wie den Dönerpreis brauchen wir gar nicht erst reden. Gleichzeitig breiten sich in den Parlamenten Rechte, Hetze, Nazis, Kriegsstimmung auf. Die Bundeswehr wird neu aufgebaut und das Geld wird vom sozialen und militärischen Sektor beprobt. Das Leben wird der Die Militarisierung beschleunigt den Ausstieg der Rechten, den wir auch international sehen. Mit der möglichen Rückkehr Donald Trumps oder der neuen Regierung Argentinien von Javier Millet Letzterer baut den Staat autoritär um, kürz radikal alles Erdenkliche, mehr als 3,5 Millionen Menschen wohnen seit seinem Amsterdam-Schnitt in Arbeit gespürt. Die Menschen sind neu, ich kann, ich bin's, meine Party, mein Schall, raise your voice! Versrait von Javier Millet Abasen, die Bl игst, die Bedeut, die Bedeut, die Bedeut, die Bedeut! Abasen, die Bl Wir spielen den Menschen an, ganz schmerzend werden! Hey, Martin! Hey, Martin!